Eine kulturelle Institution wie die Heitere Fahne ist ja nicht einfach eine Partyquelle. Denn was sie in Wirklichkeit antreibt, ist ein sozialer Auftrag von recht grosser Reichweite. So wie wir jetzt fahren, fahren wir nicht eh, habe ich nicht das Gefühl. Denn es ist ja immer mehr und wir wollen immer mehr. Das ist der Kreis und das ist die Roulette drinnen. Ich glaube einfach nicht, dass es wie ein Freundschaftsprojekt ist. Hier, wer reinpasst, macht mit. Du hast ja Ortsgefühl, du entscheidest nichts und auch die anderen, du entscheidest alles. 22 Tauern, auf einem anderen Seite. Mein Wunsch ist zum Beispiel ganz grundsätzlich, dass hier nicht alle so viel denken, sondern dass man wieder mal sieht, was gibt es zu. Man kann auch nicht einfach nur zusammen arbeiten, das geht nicht mehr mit uns. Es braucht Mut, glaube ich, um zu erkennen, was mir alles richtig macht. Ü-Bü-Dü-König. Eigentlich alles Unmögliche möglich machen. Deswegen. Ja, ja.